das ist ja vor viele Spinnen ja Spinnen sind hier, oh ja richtig das könnte ein Problem für dich darstellen nö nö Spinnen werden jetzt alle abgeschlachtet aber mach nur die Dinger kaputt, die großen ja ich weiß nicht weil sonst gibt's Zoff mit mir nichts oh shit warte ich brauch ne Fagel ich hab nen Lagerfeuer gebaut take out the torch walk around walk around like you have the torch wo bin ich denn, hier bin ich like I am having a torch kann ich Monsterfleisch eigentlich auch kochen? ja wenn du zu mir kommst, hast du nen Feuer nö, ich hab ne Fagel die Nacht ist eh schon wieder vorbei jeden Augenblick oh what the ist der Titel eigentlich angepasst? ah ja, werden wir überleben danke Yassi das hatte ich jetzt eiskalt vergessen und einfach free to play drin stehen ja also werden wir überleben passt ja weil ich mein, mit mir müsst ihr ja quasi überleben aha, aha Hashtag abgehoben Hashtag eingebildet Hashtag Nacht ist vorbei so gut wie ja Hashtag I jetzt Hashtag Kotzelek oh Gott, wieso hat der Boden gewackelt? hei Gott Boden wackelt Jolo war wohl ein Erdbeben war wohl ein Minibeben und jetzt wird er stellen und er so Oh mein Gott, es gibt ja Meteoren haha oh mein Gott, was ist das riesiges? pst Silvan was slain gg gute Flauers Huuuah Upsi days Hat jetzt einer von euch schon mal Steine irgendwo g'sehen? Halter nee Ja, schon g'sehen irgendwo, aber Kein so'n Steinsfeld Nicht so in den Maßen, die du dir da vorstellst Ha? Ich hab'n Spider-Gland Ich glaub' da wird'n Samen weg Einen Samen Hätt' schon halt kurz gegessen Joa Aber ich konnt' ihn hinwerfen und jetzt dafür ist das Schwein dahin gerannt Und hat'n sich Und ich gewinne an Distanz Nein, da sind mehr Schweine Also Noch mehr Schweine Das sind keine mehr Schweine, nein WTF? Warum ist das hier ein Dead End? Weil's halt ab und zu Dead Ends gibt Goddamit Warum rennen wir alle jetzt auf'n Haufen? Ja, weil ich da oben schon so weit fertig geguckt hab Yeah, fucking fuck it So, warst du dann schon weiter unten, wo ich jetzt bin? Jaa Jaa Da bin ich schon die ganze Welt so gut wie abgelaufen Also ding Oh, du hab' Vorders gefunden Vorders Dann hätt' ich gesagt, warum wir uns Dann hätt' ich gesagt, warum wir uns Dankeschön Da oben Ich hab'n Platz, warum wir uns aufbauen Gut I've decided Ich hab'n Flo, du müsstest ja Du müsstest ja Du müsstest ja eins so'n Spinnennest-Ding dabei haben Zum Platzieren Sel- Oh ja! Da siehst du mal Ich kenn' deinen Inventar besser wie du Jep, indeed Ok, warte Geh hoch Das ist jetzt ne längere Bissl ein längerer Weg Stille, Hase Ich wollte schon so'n Büffel Oh Das ist doch kein Büffel, das ist ein Haas Herrgott Bis ich einer wünsche und dann, dann lacht sie nicht mehr Dann schaut ihr doch aus der Wäsche Ich krieg dich schon, du Haas Jetzt komm halt her da Ich kenn' doch nicht wie so'n Oh Gott ey, was wisch du für einer Für Angst, Hase, der dem Tisch Gott, Alter, voll das wahrscheinlich wird's so lustig Worst joke Zero out of ten Nein out of eleven Jo, wo lauft ihr denn hin? Bis ans Ende M'kay Weil da oben gibt's wenigstens Steine Ich muss wieder essen sammeln, sonst Ich glaub' ich und Flo haben so mehr als genug essen würde Und Simon ist so kurz vorm Verhungern Nein, nein, ich hab' noch Hunger Also das Teil ist bei mir fast voll Aber ich hab' nichts mehr im Inventar So meine Ja, ich hab' voll viel mehr im Inventar Das ist schlecht Nein, ich hab' zwei Mosel Zwei... Ich hab' vier Mosel Ich hab' zwei solche Drumsticks Also so von diesem Ah ja Gobler Ja, von diesem Gobler Und noch zwei Karotten Drei Samen Wie ist der Typ schon wieder gestern der Perdes Nein Was? Jorgas Perdes? Jo... Jorgas Perdes! Jorgas Perdes So, dann hätt' ich gesagt Wie los mit euch? Ja, ich bin tatsächlich schon ein bisschen müde, Optics, weil ich gestern noch bis zwei Wochen Ja, dann hätt' ich einfach gesagt hier irgendwo Like an Idiot Oh Beren Wann bist du gestern ins Bett flogen? Um zwei Echt, ich hab' dich die ganze Zeit drüber auf der Tastatur rumzippen können und hab' mir gedacht, das kann nicht der Flow sein Not Posse, Bro War ich am PC? War ich am PC? Ich war am PC Ja, ich hab' deine Tastatur die ganze Zeit tippen können Dann war' ich wahrscheinlich am PC Dann hab' ich immer so gedacht, so man, ist das jetzt wirklich der Flow Ah ja, stimmt Ja, stimmt Jaja, wir waren mit denen, ja Was hast du um zwei Uhr morgens am PC? Nein Nein, Silvan Ich war einfach nur auf Reddit und keine Ahnung, was ich gemacht hab' Hör doch auf Auf Reddit gibt's auch, glaubste, so ein Sub vor allem nicht? Ah, auf Reddit gibt's alle Sub Subreddit Oh shit, hat jemand hier Platz für Fleisch? Gut, Silvan, da noch eins für dich Ich mach' hier mal ein paar Minuten das Lagerfeuer auf Ja Ja Kannst du das Gros- ja, genau das Gros- Ja, genau das Gros- So Dann Kuck Jokaspertes 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 Äh, Silvan, wir sollten glaub' das Lager bisschen nach rechts oder so verlagern Verlagern Wieso? Hahaha Weil wir hier die ganze Zeit schon mal von Moskitos gehessen waren Ja Piks, Piks, oh nee, nicht schon wieder Nicht auch noch in game, warte Oh, meine Sanity könnte ein bisschen roh Aber wir haben ja hier Blümchen Blümchen Alter, wenn Moskitos genug Blut saugen, dann platzet sie Disgusting Oh, ich kann ein Telltale Telltale hart machen, aber Nein, don't do it Ja Das zieht dir doch voll viel Leben weg oder so eigentlich Ja So, wo war jetzt schon wieder der, der Rucksack drin? Survival oder so? Musch erst ne Science-Maschine machen Science, goddammit Science, bitch Äh, guck mal, warte mal, ich mach das zu klein Sonst wird das später eh nix Und zwar Move ich unseren Shit Oh, wenn ich noch vier Steine bekommen könnte, ich könnte schon ne Science-Maschine machen Oh ja, warte Ich kenn schon ne Science-Maschinen Und jetzt warte doch mal Hier ist das neue permanente Lagerfeuer bei mir Da oben haben wir sonst schon Moskitos gefressen Äh, okay Oh, Domse ist da Ah ja, Domse Schau mal, Domse, ich hab ein neues Nee, okay Ist gut Ach ja, und ihr in der Nähe nicht so viele Blumen pflücken Weil dann gibt's mehr Butterflies und so, Shit Ah, okay Also immer ein bisschen weggehen für Für den Shit Für umpflücken, ja Jetzt check ich das mal mit den Berries, die geben 9,4 oder? Ja, Silvan, kannst du mir mal kurz was für 70 geben? Hä? Was? Wie? Kannst du mir mal kurz solche grüne Filze geben? Da hast du gesagt, du hast ein paar aufgesammelt Soll ich die sich gleich fütten? Nein! Gib sie mir einfach Äh, wie droppel ich denn das? So? Also, man sollte Beeren immer Ähm, ähm... Wir haben... Warte, warte! Mir ist zu heiß, oh Gott, oh Gott Ist da noch zu heiß? Seht ihr eigentlich eure Baubertemperatur? Nein Ich hab 61 Grad Hex! Oh, mir ist... Ist mir heiß Ich glaub mir ist heiß Wenn du so außenrum so einen komischen Rand kriegst, ja dann ist es heiß Soll ich die Birchnuts eigentlich hier pflanzen, oder? Ja, kann schon, ja Das heißt, wenn es heiß ist, ich so hier runter stehen Ja, das ist ein bisschen weg von vor Sieht nur rot aus Äh, Gollum, hast du vier Steine? Weil dann könnte ich uns als 1 Maschine machen Ich kann... Ja gut, hier was Weil ich hab das Gold Nugget schon halt Ja, ich hab auch noch 10 Gold Nuggets Ach so, okay Science Bitches! Hmmmm Äh, und dann wollte ich mir eigentlich mal ein Speer machen Für das braucht ein Rope, und ein Rope raucht Oh, look at me! I am so mighty! Wo ist denn das Rope? Rucksack! Ich hab'n Rucksack Wo geht der schon wieder? Ah, Rucksack ist... Ich hab'n Rucksack Soll'n Streitpacken und Fight? Keine Ahnung, wie wär'n der Dress? Na, das wollte ich grad auch sagen Hahahaha How about Dress? Ja, das ist offen Ja, gute! Oh, der Ruckzack Oh, der Ruckzack Voraus auf dem Bad Jo, bin ich nicht majestisch Ah, der Bad, wenn es den abnassiert, dann gibt's sogar Silk Das gab's schon immer Aber passt schon Dann soll ich dieses Monster-Meed eigentlich kochen? Bringt es mir dann mehr? Ich weiß, man kann schon mal eins kochen und dann siehst du Ich glaub, dann können wir's sogar essen Also, das gekocht, der gibt 18,8 Hunger Ne, also das ändert bei mir wahrscheinlich nix aus, es gibt ja vielleicht noch Leben Ne, ah ah Äh, was wollte ich jetzt machen? Man, 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 man Telltale heute Juu, der erste Wort ist schon wieder da Juu Ah ja, genau, ich konnte mir ein Speer machen, Gott weiß ich, wo das Seil ist Ja, unter Refine oder so heißt das Oh Ah ja, genau da Prototype There is a Gobbler Hat irgendwer was zum Auslegen? Ne Also, ich hätte, aber ich bin grad ewig weg und bin grad was anderes zu machen Was, ne Fop, bist du ne Dings? Ne, ne Trap oder wie? Also ne Falle? Nein, er braucht ein, äh, einmal Bären zum am Boden legen und wenn der Gobbler dich dann fokussiert hast, kann ich den Gobbler killen Weil dann so fokussiert dich auf die Bären, dass ihm alles anderes egal ist Hm Er muss dann essen und dann ist dann nix Dann kannst du ihn fress Checken Da ist ihm scheißegal, dass er grad ist Gesundheit Ja okay Jesus Oh warte, hier ist ein, hier ist ein Dings Ähm Ähm Rote Pilze waren die irgendwie giftig oder so? Sowas Ja ich glaub die ziehen Leben, aber geben dafür, das steht doch alles dran, ne? Ja nicht wenn ich, bevor ich denke, weißt du, vom Aufsammeln her Achso, vom Aufsammeln kannst du alles aufsammeln Nix, beim, nix zieht dir Leben wenn du's aufsammelst, außer Kakteen Ach, die Ding kommen nur bei Nacht raus, ne? Die, äh, Maulwürfe Aha, das so Ja, die kommen auch tagsüber raus, du musst halt einen Stein und so als Bätchen legen Ah na, die roten Pilze ziehen jetzt 20 Leben, abgeben die dafür, äh, essen Hä, aber das hier ist so so ein Loch Drop ich sie hier hin? Fällst du schon tot? Hm Na gut Oh, der ist ausgezogen Komm, lass uns nen Büffel töten Same word Ja, nen Büffel töten So, wo gibt's den Stein, den wir suchen, Gollum? Schliessle oben rechts Die Bäume wachsen ja ultra schnell Die sind ja cool Ja, aber die wachsen halt im Winden und das ist schade Uhhhh Und du kannst ja auch diese Böltschnats kannst du auch essen Die kannst du auch kochen zu tro when Oh, cool Gämmens, ich glaub sogar ein bisschen mehr noch Notbet, Notbet Äh, wer hat jetzt nach mir geschrien? Silvan Warum? Keine Ahnung, er wollte dir irgendwas zeigen Ach sorry, dein Board wächst irgendwie hab ich das Gefühl, wollte ich sagen, glaub ich Ja, ja, dafür brauch ich erstmal ein Rasierer um den wegzumachen Das ist ja ganz easy, Science Machine und dann zwei Flint und einen Hasch glaub schon Ja, wo Tools ist der glaub Ja, Razer Ja Und dann kann ich ihn gleich benutzen So Ich würd auch nicht jeden Bart abrasieren jetzt grad Ich würd'n ab jetzt vielleicht sogar wachsen lassen, für'n Wind, weißt du, dann halt dich schön warm Hm, mein Bart Ja, der ist wirklich warm Ich weiß, ich weiß Aber welchen Tag beginnt denn der Winter? Äh, 20, 22 und so Was geht denn noch? Wir können von Glück reden, wenn wir's heute noch zu Gesicht bekommen So, ich schließ' mir mein Handy an Äh So Mein Handy ist kacke, du musst jetzt schon laden Ha 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 Na Bruce Was ich heute noch machen werde bzw. will ähm meine SIM-Karte zurecht stutzen Ähm dann mein Root überprüfen Ob es auch tatsächlich geroutet ist und WhatsApp installieren danach bin ich eigentlich für heute zufrieden das alles was ich vorerst mal brauch was kann ich mit Kacke machen das muss auch fertilisend weh ich glaub das war bisher schon immer so zu Wo gibt's denn hier die Steinchen, Gallo, wo sammelst du dir denn? oben rechts aber vielleicht soll ich nur zu kurz vor dem Nacht loslaufen aber eigentlich da wo das Portal ist das ist der eigentlich, also der Anfang was? hast du denn die Kamera gedreht so dran? du stehst doch da wo das Portal ist nicht? ja aber oben rechts ist nicht da wo ich gerade stehe oder? aha nein ich dachte wo du stehst jetzt 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 jetzt